Aus der Vorlesung Einführung in die Betriebssysteme und auch aus den Grundlagen der Rechnerarchitektur wissen wir, dass ein Prozessor heute über den Cache auf den Speicher zugreift. Aber wir wissen auch, dass der Adressraum des Prozessors wesentlich größer ist als jetzt hier die 32 Bit oder vielleicht die 64 Bit, die an dieser Schnittstelle anliegen, weil wir haben aufgrund der Speicherhierarchie hier hinten noch weiteren Speicher zur Verfügung. Und aus diesem Grund unterscheidet man zwischen einem virtuellen und einem physischen Adressraum. Und auch aus Grundlagen der Rechnerarchitektur wissen wir, dass wir die physische Adresse zusammenbauen. Wir haben eine virtuelle Adresse und diese virtuelle Adresse besteht oft aus einem Offset und einem Index. Und dieser Index zeigt hier in eine Tabelle, wir haben ein Basisregister und zeigen hier in eine Tabelle. Und aus dem Wert hier aus der Tabelle und dem Wert des Offsets bauen wir unsere physische Adresse zusammen. Ohne jetzt konkret auf die verschiedenen Ebenen der virtuellen Adressbildung einzugehen. Also wir können hier einen mehrstufigen Prozess haben und mehrere Tabellen. Aber es zeigt sich, dass die grundlegende Struktur immer wieder ein Index ist und ein Offset. Das heißt, wir haben letztendlich hier immer den Zugriff auf eine Bank und hier die Adresse in der Bank. Also den Zugriff auf eine Zeile. Und egal über wie viele Stufen wir das machen, wir haben eigentlich, wie wir jetzt vorher gesehen haben, immer den Zustand, dass wir ein Array haben, meist 512 Einträge groß, auf das wir zugreifen können. Und dass wir dieses Array geschickt mit anderen Arrays kombinieren. Und zwar immer in der Form, dass wir zwei Teile einer Adresse haben. Das heißt, die Bildung einer virtuellen Adresse und die Architektur, die sich für den Speicher aus den technologischen Gegebenheiten ergeben, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Nun ist das natürlich heute bei den sehr komplexen Speicherhierarchien nicht mehr klar offensichtlich. Und die Abbildung ist auch nicht mehr eins zu eins, da der virtuelle Adressraum aus großen Blöcken zusammengebaut wird, den sogenannten Kacheln oder besser im Englischen den Seiten, den Pages. Schauen wir uns doch mal so einen Adressraum an. Wir haben also zunächst einmal den Inhalt der Caches. Und in den Caches haben wir als kleinstes Element einen Block. Die Blockgröße wird so gewählt, dass im Zusammenspiel mit der Größe des Caches die Trefferrate maximiert wird. Und angestrebt wird bei den Caches nach Möglichkeit eine Trefferrate von ungefähr 90%. Also offensichtlich kann man hier die Blockgröße und die Cachegröße beliebig variieren, aber man kommt irgendwann in so eine Sättigung. Im Hauptspeicher hat man jetzt die Seiten, also die Pages. Jede dieser Pages umfasst mehrere Blöcke. Und das sind die Pages. Und jetzt hat unser virtueller Adressraum, der besteht aus Pages. Und natürlich unser physischer Speicher. Der besteht auch aus Pages. Und diese Pages, die müssen nun hier diesem physischen Speicher zugeordnet werden. Das passiert über die Memory Management Unit. Und diese Blöcke, die können dann später auch ausgelagert werden auf unsere Plattenlaufwerke. Das soll uns hier aber jetzt nicht weiter interessieren. Was wir jetzt noch weiterhin wissen müssen, ist, dass wir im Speicher Segmente haben. Also, wir haben den Speicher, dem natürlich die Pages zugrunde liegen, noch in Segmente aufgeteilt. In der ganz klassischen Darstellung kennen wir das schon. Wir haben hier das Textsegment. Dann haben wir die statischen Daten. Die gehören zum Textsegment dazu. Hier haben wir das Programm. Und natürlich haben wir hier noch die dynamischen Daten. Und den Stack. Viele Architekturen, zum Beispiel die MIPS, die haben noch eine weitere Segmentierung. Und zwar kennt die MIPS einen oder mehrere Benutzer-User-Segmente. Und noch verschiedene andere Segmente. Darunter zum Beispiel ein Segment. Hier steht der ROM-Code. Und hier ist auch das Adressfeld, auf dem der Befehlszähler nach einem Reset abläuft. Und es gibt hier vorne noch eins. Ein Bereich, der ist für den Kernel gedacht. Der hat den Vorteil, dass man keine virtuellen Adressen bilden muss. Es wird angenommen, das oberste, das most significant bit der Adresse. Das ist nicht gesetzt. Und alle diese Zugriffe erfolgen dann hier auf den Kernel-Bereich. Das bedeutet, wenn man auf dem Kernel arbeitet, dann hat man bei der MIPS einen sehr schnellen Zugriff. Jetzt kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und noch weitere Segmente einführen. Also was jetzt neuerdings bei Prozessoren auch der Fall ist, um zum Beispiel die Unterbrechungsbearbeitung schnell zu machen, gibt es sogenannte Schattenregister. Und über ein bestimmtes Bit in der CPU 0 wird das aktive Schattenregister gesetzt. Und dann hat quasi jeder Registersatz hier ein eigenes Segment mit Unterteilung in Textsegment und Stack und dynamisches Datensegment. Also hier, die zeigen alle, die haben alle ein eigenes Schattenregister. Und zum Beispiel Interrupts, die werden jetzt hier über die Schattenregister durchgeführt. Damit hängen also auch die Speicherverwaltung und das Durchführen von Unterbrechungen sehr eng zusammen. ... ... ... ...